Yo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Trigger. Wir fangen wie immer an mit dem täglichen Spin und let's go. Zwei Stück halt mal da. Yes, 1800 ist ja mal gut. Und noch einmal noch, zack. Yes, heute ist mein Glückstag. Yeah man. Ich würde sagen, oh my god, oh my gosh. Kann man die kaufen, 20.000, scheiße. Find transmitter ports, let's begin. Yo. Objektiv, defend the van from zombies. Let's... Sehr schön weggeholt und... Sehr schön. Du kannst dich ja mal verpissen gehen, du. Ja, was, 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 hä, was? So ein bisschen zu dumm und steh'n nur herum. Wahre Worte, Junge, wahre Worte. Aber, was ich vorher vergessen hab. Vielen Dank für die vielen Bewertungen. Und ja, immer weiter bewerten, ne? Sonst gibt's keine Folgen mehr. Wisst ihr. Heilung, sonst bin ich noch tot. 13 Hits, sehr gut. 21 Hits, sehr schön. 25 Hits. Und dann ist ich wieder beim Van, der Penner. Verpiss dich. Yeah, bring it there. Bring it there. Bring it there. Bring it here. Yeah. Bring it there. Bring in the camera. Bring in there. Bam. Boom. Was, hä? Bin hier bald tot. Bring in there. 71 Prozent haben wir. 51 Hits. Wow. Krass. Jetzt schauen wir mal, dass wir das gut in Heilung bringen. Ja, sehr schön. Weiter geht's. Sehr schön Headshot. 57 Sekunden noch. Wo ist der nächste? Da. Was, hä? Was? Was, hä? Was? Is schon wieder einer beim Van. Man muss dich schön verpissen, du dämliches Dreckszombie. Bam. Boom. Bam. Geht natürlich mit keinem war. Oh, neeeeeein. Arschloch. Scheiße. Egal, ich würde sagen, find, rescue crates. Man muss upgraden können. Ja, können wir. Ähm. Mach mal upgrades. Getschloch. Und let's go. Find supply boxes. Vier Stück hätten wir da. Und let's go. Ah. Hä? Wo muss ich denn da hin? Da muss ich wahrscheinlich in diese Tür rein. Da wahrscheinlich. Wie komme ich da rein? Achso. Okay. Ich habe gedacht, ich komme immer rein jetzt. Nachladen. Sehr schön. Find supply boxes. Na, wo sind denn die? Du musst dich gleich mal verpissen von mir, du kleines... Oh, die sind aber ganz schön... Boah! Ah, da hätten wir die erste schon mal. Das ist ja ziemlich gut. Schön weggeholt. Carry box to collection point. Sehr schön. Weggeholt. Schön aufpassen. Nachladen. Na, wo muss ich hin? Ah, okay. Bin ich richtig. Passt schon. Puh. Da vorne. Oh Mann, ey. Es ist so weit. Es ist echt mühsam. Aber ist halt so. Bring ihn da. Bring ihn mir. Wo ist die andere Box? Ah, da hinten hätten wir die nächste Box. Drecks ist ja recht gut schon. Hinter mir ist so ein Drecksviech. Und schon tot. Sehr schön. Schön das Bein weggeschossen. So, wir hätten die nächste Box. Komm, komm, komm. Bam. Hehehe. Schön aufpassen, gell? Sonst kriegst du eine von mir. Dreckszombie. Ich hab dich gewarnt. Diese Drecksgepanzerten scheißviecher. Gepanzerte, das hier sind solche Schweine, Alter. Da hat man die vorletzte Box. Da sind noch 68 Kids. Der muss Kologs. You got 24 Dollars. Zwei Stück noch. Boom. Der muss Kolog. Eine Box hat man noch. Schau mal. Du kannst dich verpissen gehen. Du auch. Oh, fah. Oh. Du auch. Hey. Get into the camera. Get into the cam. Carry three other boxes. Ich muss hier rein. Warum stirbt der nicht, der scheiß Kerl? Oh, fuck. Na, endlich. Gott sei Dank. Ich hab schon gedacht, ich sterbe jetzt wegen diesem... Get on your gut. Get into the camera. Ach, leck mich doch. Wo ist die? Wo ist die Box hin? Da hinten ist sie. Boah, das ist immer so weit entfernt. Das ist ein Wahnsinn, Alter. Get on your gut. Der muss Kologse. Dun, 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 dun. Acht Minuten. Kannst dich gleich mal verpissen von mir, du Drecksviech, du. Bring in there. Mission completed. Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir das jetzt auch noch geschafft. Daily Word. Equipment, schauen wir, was wir da haben. Upgrade. Ne, geht noch nix. Bandagen kaufen, geht immer. Dann kauf' mir so ein... Dann nehmen wir die Granaten noch dazu, würde ich sagen. Sonst sind wir sowieso gleich mal tot. Und let's begin. Gut. Drei Minuten hätten wir da zum Verteidigen. Okay, let's go. Schön in die Fresse. Schotgen. die gibt mir eine die saudi er gibt mir gleich mal eine die saudi und an nicht schon wieder so ein gepanzerter penner bist du gestorben das tut mir aber leid schade bahn 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 die fände position von 100 seconds da weißt du was friss das sind so viele das hat mir jetzt das hätte mir jetzt das hat mich jetzt aber sehr gerettet war was kann sie meine nähe kommen 11 sehr schön die musik haut rein das muss man echt mal sagen die musik ist echt geil haben sich gut hinkriegt von ersten teil na nett mit mir wieder so ein gepanzerter scheiß kerl la Bring it in there. Nein! Du Hurensohn! Das ist ein Schuss. egal ich mache jetzt einfach ein paar kämpfe in der arena ist mir jetzt eigentlich sowas von scheißegal eigentlich dann komme ich halt nicht in der kampagne weiter ist mir auch wurscht arena rank 13 prepare for the fight the fat wave 1 20 stück hätten wir da zombies schön den kopf weggeschossen sehr schön munition kaufen kostet zwei dollar sehr schön hey was ist her Ich muss mich irgendwo heilen. Oh, 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 oh. Und dann, 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 bam, bam. Ich muss mich irgendwo heilen. Ich brauche Heilung. Sonst bin ich tot. Ich will nicht sterben. Kein Bock auf den Ding. Ich habe jetzt echt keinen Bock zu sterben. Next wave in 2 seconds. Reden aus Gottheit an der 35. Überlebewelle 2. 20 Stück hätten wir da. 18 noch. 52 Hits. Sehr schön. Und 12 Gegner noch. Ah, weißt du was? Könntest du noch mal ein bisschen fressen. Sehr schön weggeholt, Leute. Schön den Hellshot verpasst. Das war sehr schön. Mal Munition kaufen. Kostet ja nur 3 Dollar. Du kannst sterben gehen. Du kannst sterben gehen. Dreckszombie. Lausiges. Drei Stück. Drei Stück noch. Schaffen wir auch noch die Welle. Die ist ja eigentlich nicht so schwer. Die Musik haut rein. Ich kann es nicht immer wieder sagen. Wave 2. Completely. Rina score 400. Rina score 400. Ich würde sagen wir kaufen uns wie Heilung. Sehr wichtig. Dann Munition. Weil ohne Munition bin ich hier am Arsch. Ich wäre hier. Kostet eh nur 3 Dollar. Das ist eh ziemlich billig. Ich muss schauen ob ich hier raus kann. Warum kann ich hier nicht raus. Ich verstehe das nicht. Vielleicht jeder mal gegen schießen. Ne geht nichts. 20 Zombies. Hätten wir. 19 noch. Boah. Die haben mich jetzt erschreckt, Leute. 18 Stück noch. Wieder ein bisschen Heilung kaufen. Das ist wichtig. Weil sonst sind wir hier am Arsch. 12 Zombies. Ich nehme jetzt mal eine Maschinenpistole. Weil sonst bin ich überhaupt am Arsch bei dem Spiel. Die Munition habe ich wieder. Keine fast. Boah. Das geht mir auf die Nerven. Da hält man die nächsten schon dran. Ah. Schönen Headshot verpasst. Warum. Warum sterben die nicht. Also manche Zombies sind so stark. Da muss man so aufpassen. Tja. Wave 3. Completely. Gott sei Dank. Wie immer. Heilung kaufen. Dann Munition kaufen. Ganz wichtig. Und dann schauen wir mal was ich abhau. Nächste Welle in 6 Sekunden. Ich muss hier abhauen. Ich muss weg. Kaufen. Weg hier. Ich sterbe sonst. Sind nunmehr 20 Stück. Sechzehn Stück hätten wir dann noch. 13 Stück noch. Munition kaufen. Oh. Lieber. Was wirft denn der? Wirft der Bomben oder was? Scheiße. Oh, das waren damit… Noch ein Stück noch, schaffen wir auch noch, Munition kaufen, sonst bin ich hin, wie gesagt, Überlebewelle 6, 2 Stück hätten wir noch, mal Heilung kaufen, ganz wichtig, zack, ah, passt, na wo sind denn diese Drecksviecher, na wo sind die, keine Munition kaufen, ja kann ich, die waren doch gerade, na wo sind die, ah da, Wieso, was haben wir hier, was haben wir hier Unten, ein Damage Booster, ist immer gut, Next Wave in 9 Sec loans, kann man hier, kann man jetzt kommen die Tür aufmachen, Scheiße, Kann man nicht, ne Das kann man aufmachen Dann kaufe ich mir hier mal Munition 19 Zombies noch, oh fuck Einen ganz wichtigen Damage Booster Heiliger Scheiße Nein You, you died You died ab Welle 5 So ein Scheiß Naja Immerhin 5 Wellen war ja nicht so schlecht Kann man mal upgraden Scheiße, ne können wir nicht Das ist ein bisschen blöd Aber ist halt so Ja Ich dir zeigen, wir machen Wolange rennten die Folge? 22 Minuten schon Ja, Rang 13 sind wir noch immer Ich will mal gucken, ob wir ein Casino was machen können Ja, mache ich das haben wir machen Dann kaufen wir 5 Spin Und machen die mal Scheiße Scheiße Nein Ja, Gott sei Dank Wieder Kohle Okay Leute, ich würde sagen Vielen Dank fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Ihr werdet nicht vergessen Und Tschüss Ich wünsche mir noch mal Vielen Dank.